Wie bekomme ich mit dieser Streichholzschachtel alle Igel an den Waldrand? Das ist schwer. Schwer. Alle Igel an den Waldrand. Alle Igel an den Waldrand. Das ist ja woher. Das ist sozusagen, man denkt zuerst, man zündet aber den Waldrand damit an. Das würde man so als erstes denken. Aber man würde dann doch... Der Witz dabei ist, dass man dann sozusagen die Streichholzschachtel auch noch das zu einem Funkgerät zusammenbaut. Und dann, Igel haben natürlich keine Funkgeräte. Das ist natürlich auch der Witz daran, dass man dann darüber lacht. Weil ich denke, die haben natürlich keine Funkgeräte. Stellen Sie sich mal vor, Igel holt so ein Funkgerät raus. Wie lustig das eigentlich ist. Kommt alle nach Düsseldorf. Das wird echt witzig. Ich erkläre das dann.